Du bist auf der Suche? Du suchst Antworten, wie dein Leben gelingt, was im Leben wichtig ist? Schon mal von Jesus gehört? Er ist Freund, Lehrer, Mitmensch, Helfer in der Not, Schiedsrichter, Revoluzzer, Friedenstifter, Vorbild, Reisender, Betender, Heiler und Arzt, Gottes Sohn und er ist dein Nächster. Er hat die goldene Regel geliebt. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Und sogar noch weiter, liebet eure Feinde. Er hat die Liebe an erster Stelle gestellt. Liebe deinen Gott aus ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat den Menschen den Frieden zugesagt. Er lehrte, zum Vater im Himmel zu beten. Er hat den Glauben erfahrbar gemacht, Sünden vergeben und Menschen geheilt. Er ist für uns bis in den Tod gegangen, gekreuzigt, gestorben und begraben. Er ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Er ist König, doch sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Follower 2,26 Milliarden Und, wem folgst du? Mских M주� M тех am M kommer M M M Bis zum nächsten Mal.